hallo und herzlich willkommen ich bin euer mrwender1974 so sind wieder ich weiß nicht ob ich das irgendwie als special bei den lizenzgames reinpacken das weiß ich noch nicht das ist tatsächlich auf achse und wer noch die wdr serie mit manfred krug kennt genau die musik war 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 gar nicht schlecht von damals genau ja ich glaube das ist jetzt so ein so ein basic programmiertes simulations game wo man halt missionen abfahren kann also die serien darum es waren also zwei trucker und die haben dementsprechend dann missionen erfüllt und haben dabei natürlich irgendwelche aufgeben aber für damalige verhältnisse an vielen location wahrscheinlich richtig aufwendig produziert also auf jeden fall so jetzt gucken wir mal angebote am spielbrett rand speichern sonderaufgabe kommen soll man mal anleitung nee der harator und kenne die serie nicht musste man googeln also es ist also gab sogar richtig mehrere mehrere staffeln ich glaube sechs oder sieben habe ich mal irgendwo gesehen 60 oder 70 folgen und für damalige verhältnisse war das echt richtig fast eine action serie made in germany unter anderem auch mit manfred krug da hat dann irgendwie andere rein und raus gewechselt so alte spiel laden ich wollte ich habe doch hilfe gemacht ich habe kein altes spiel anzahl auftragskarten so mal zehn startposition um eins ein fragezeichen okay hat er nicht gesagt hilfe ach ha von hier nach da ach na nochmal von eins zwei was möchtest du denn hören unter kastrop herne es werden wahrscheinlich leute außerhalb der ecke irgendwie lachen sagen wir sagen was kommst du denn für ein quatsch äh was denn berlin gilt auch nicht was möchtest du denn hören spiel hilfe münchen wow wie hast du das denn hingekriegt jetzt aber nach berlin anzahl waren eine erlös 5000 von hamburg hamburg kann er hamburg waren eins erlös 1000 muss ich jetzt allen möglichen quatsch eingeben warte was haben wir noch komm freut sich der paddy bremen gibbet nicht gibt es komm von hamburg dortmund waren 10 angebot f1 f1 ihr hört das vielleicht ich drücke die f1 taste angebot f1 von wo nach wo sag mal muss ich jetzt vielleicht erst mal alles eingeben was ich jetzt gleich zocke was ist das denn für eine simulation von können könnte ja deutsche stadt erraten wiesbaden gibt es nicht frankfurt wird es bestimmt geben so äh was haben wir noch äh sollen wir mal gucken geht es auch weiter nein gibt es nicht dann will ich action wären cool ja also muss ich sagen hatte ich auch vermutet stockholm gewinnt nicht also bleibt ja wahrscheinlich nur in deutschland was haben wir Hannover als ob da jemand tot über dem Zaun aber Hannover gibt es natürlich Anzahl waren 125.000 Erlös 0 Waren aufgeladen Hör mal ist action geladen Aufträge 4 davon 2 aufgeladen also ich muss schon sagen hier ich glaube der der Suski oder der der Zwieberg der kennt das glaube ich aus anderen Zeiten sie verlieren Waschmaschinen aktuelle Position vorne 1 2 Hä was möchtest du hören Bier Drogen Waffen gleich kommt bestimmt Wasted oder so Fagen können sie übernehmen ja daran denke ich gerade auf wenn ich ehrlich bin so was möchtet ihr denn von mir die also die Logik dieser Programmierung ist spitze wieder ein Ort das hat irgendwie funktioniert ok Leertaste zum höher bieten ach kein Interesse und dann fahre ich weiter achso ok es macht Sinn was haben wir noch ähm Kiel kenn er nicht ähm das kenn ich nicht aber das ist ein anderes Thema kenn er nicht Bochum ich komme aus dir auch nicht ähm Nürnberg Nürnberg freut sich der Söder Markus Nürnberg kennt er wieder nach Lummerland knapp komm die Insel mit zwei Bergen ich glaube wir verändern das Spiel gerade aber ok äh eine Buchsehule das wäre ein guter Gag was hat der denn aus der Nürnberg noch was haben wir in Dresden komm fahren wir mal dahin Leipzig dann können wir Red Bull Dosen lagern auch nicht ähm es hat ein bisschen was von mittlerweile von Stadt, Land, Fluss Stuttgart ist doch bestimmt klar natürlich natürlich Anzahl Waren 20 Erlös 1 Komma was auch immer wahrscheinlich konntest du damals in die DDR noch nicht fahren aktuelle Position äh fahre nach Dortmund ne das ist nicht die Elms Family nein das ist das war dagegen noch gut ähm so also will er jetzt wieder eine Ort ja Stuttgart Düsseldorf genau Düsseldorf Köln und sowas natürlich stimmt kostet kostet keine Ahnung Machen mal Düsseldorf Köln Köln kennt er Düsseldorf kennt er nicht man kann man vorstellen derjenige der es programmiert hat aus welcher Stadt der wohl kommt äh was haben wir denn noch was haben wir denn noch für meine deutsche Großstädte äh da waren wir noch nicht in der Ecke da waren wir schon in der Ecke weiter südlich Vizekusen genau Leverkusen wir transportieren Arzneimittel ne kennt er nicht Dortmund kennt er tatsächlich äh Passau auch nicht äh warte mal komm jetzt haben wir jetzt sprengen wir hier mit dem jetzt sprengen wir mit dem Game sowieso alles jetzt guck ich mal eben kurz hier haben wir Wikipedia deutsche Großstädte wenn da übrigens deutsche Großstädte kommt und es kommt Wien dann weißt du du bist bei einem historischen Wikipedia übrigens so Berlin haben wir haben wir Frankfurt haben wir Stuttgart haben wir Düsseldorf haben wir Leipzig ging nicht Essen Essen haben wir natürlich noch gibt es auch nicht Rosenheim Grüße hier mal da war mal eine Retrobörse gibt es aber auch nicht so was hat er denn noch also äh Bremen Dresden Hannover Nürnberg Duisburg ist größer als Bochum übrigens ja brav ja gut Bielefeld also einstellefels wenn es in diesem Spiel Bielefeld gibt dann haben wir es aber Wuppertal kommt als nächstes und dann kommt tatsächlich in der Reihenfolge schon Bielefeld wobei es wir alle wissen Bielefeld gibt es nicht Bonn stimmt das ist ja historisch Bonn Münster Mannheim Karlsruhe stimmt gibt es auch nicht Mannheim ja Mannheim sensationell ich kann aber tatsächlich mal um mit den Sätzen machen tatsächlich mal Resetten weil eigentlich habe ich H für Hilfe gedrückt achso F8 ist Spielende aha was ist denn wenn ich jetzt F8 drücke nein eine Startposition jetzt wissen wir es gibt Dortmund es gibt Dortmund so eine gibt auch nur ein Euro wenn ich jetzt F8 drücke passiert übrigens gar nichts sensationell sensationell gemacht sensationell also Top Titel ich gucke mal gerade ich glaube ich habe das noch auf also Gordon Acksmann hat das übrigens gemacht 1988 übrigens es gibt tatsächlich auch ein Manual Warte mal ich kann ja mal dass er auch da noch als verschiedene SIP Files gemacht hat es ist gut dass sich PDFs und so nicht durchgesetzt haben so ganz wichtig übrigens ist nur für private steht direkt da wurde nur für private Unterhaltungszwerke programmiert gut jetzt suchen wir hier die Unterhaltung gewerbliche Nutzung ist untersagt so wie man das Spiel startet wissen wir es gibt tatsächlich angeblich einen Wikipedia Eintrag H zeigt tatsächlich die Hilfe nein bei mir nicht so es wird das gerade erklärt was ihr gerade auf den Screens gesehen habt es gibt verschiedene Regelwerke oh Gott habe ich hier habe ich hier irgendein Phänomen gefunden und ich mache darüber Witze also ich lese das mal vor ich gehe mal kurz in meine Tagesschau Stimme die Software wurde für die alten 1987 Regeln programmiert im Jahre 2007 hat der Auto mit einer Neuauflage auch die Spielregeln geändert also falls ihr jetzt irgendwo eine PS5 Version davon findet dann werden die nach neuen Regeln laufen so neue Regeln da sind die neuen Regeln die interessiert er keinen weil wir haben die alten Regeln das super das klasse also selbst in der Hilfe Funktion die ich mir gerade angucke steht nichts dazu was man da machen soll warum auch verrückt ja gut für die PS5 für die PS5 Version muss man aber erstmal darauf warten dass es dann wahrscheinlich ein kostenloses Upgrade der PS4 Version gibt ja ich glaube wir haben genug gesehen von also falls Gordon Axtmann falls du das hier mal siehst und bin gerne auch gerne dabei fühle dich eingeladen auch gerne mir zu erklären wie es dann funktioniert ich bin auch gerne dabei dass du an die Seite setzt und dann machen wir ein Tutorial und erklären das Spiel ich bin nämlich irgendwie der Meinung dass ich sowas mal tatsächlich vor Jahren also was heißt vor Jahren wirklich vor Hunderten von Jahren gezockt habe und dass das sogar einigermaßen okay war ich kann das aber auch mit einem anderen verwechseln weil von diesen Basic Simulationen gab es ich weiß nicht Milliarden also wirklich wie ein Fluch und das waren immer diese Kauf Einkauf die war auf einer oder tatsächlich schon schon eine DOS Version es gab tatsächlich auch so einen Imbissbudensimulator den habe ich bis zum Exzess gezockt ich habe ein Currywurst Imperium aufgebaut übrigens möchte das kurz erzählen hat mir für die weitere Biografie und die Vita nicht viel gebracht die Personalschefs die das dann gesehen haben habe 20 Jahre im Imbissimulator beherrscht hat er gelacht und ja das Leben kann so grausam sein kommen wir mal zum nächsten Kandidaten bis gleich